Es wird Zeit für etwas, worauf wir alle oder zumindest die meisten von euch gewartet haben. Es wird Zeit für ein großes Paradox Interactive Update meiner größten Position in meinem Depot. Die war schon ein bisschen größer, die ist jetzt nur noch mit Anführungszeichen 18, 19 Prozent groß. Aber wir werden uns anschauen, was ich jetzt weiterhin mit der Aktie mache, wo es eben die nächsten Jahre hingeht. Wir werden das Ganze wieder auf Produktebene runterbrechen und ich werde euch viele, viele Daten eben aus meinem Investment Case zeigen. Bevor wir starten, noch mal etwas ganz Wichtiges. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest und auch dir selber etwas Gutes tun willst, dann folge dem allerersten Link unter dem Video. Eröffne beim Depot hier beim Finanzpunkt Zero Broker, sichere dir 25 Euro plus eine Gratisaktie. Unterstütze auch dadurch meinen Kanal, denn ich kann hier auch diese Videos vor allem auch nur in dieser Nische hier auf YouTube machen, wenn eben auch hier ich Kooperationspartner habe mit dem Finanzpunkt Zero Broker. Daher sehr gerne einfach den ersten Link folgen und du musst dafür nicht mal das Haus verlassen für diese 25 Euro plus eine Gratisaktie. Und was es eben auch gibt und dazu gleich mal einen Kommentar oder im Laufe des Videos einen Kommentar schreiben. Ich verlose jetzt hier dann auch gleich am ersten Wochenende Anfang März hier diese dreimal 500 Euro unter allen meinen Kommentatoren im Februar, unter den Februar Videos. Und jetzt legen wir einfach mal direkt los mit der Analyse zu Paradox Interactive und wir starten einfach mal mit einem Bild. Ja hier, der Paradox Deep Dive, den es letztes Jahr gab, den habe ich jetzt sehr intensiv auch bei mir in meinen Investment Case mit einbezogen. Ja, man muss auch hier sagen, es ist eine Präsentation von dem Unternehmen an den Kapitalmarkt und man muss jetzt trotzdem immer wieder abgleichen, welche Daten habe ich auch außerhalb von dem Unternehmen, aber es hilft einem trotzdem an ganz vielen Stellen weiter. Und wir fangen auch mit diesem Bild hier an, nämlich der Produkte, die Paradox Interactive auf den Markt bringt. Das sind ja Computerspiele jetzt mal im größeren Sinne und wir versuchen jetzt hier auf Basis dieser Produkte eben in mehreren Steps die Zukunft zu prognostizieren. Und wir sagen, was gibt es bisher in der Pipeline, was wird gespielt, was wird gekauft von den Kunden und was wird in den nächsten Jahren rauskommen. Dadurch haben wir dann einen Umsatz, ja, wir können von diesem Umsatz dann entsprechend die Entwicklungskosten abziehen, haben dann Ertrag bzw. Cashflow und können dann aufgrund dieses Cashflows eine schöne Cashflow Rechnung machen bzw. sich selbst auch überlegen, was einem dieses Unternehmen jetzt durch diese Kennzahlen dann wert ist. Wenn wir mal rüber gehen, dann habe ich das Ganze jetzt auch hier gemacht, bitte lasst euch nicht erschrecken, jetzt von dieser Grafik hier. Die wird gleich nochmal ein bisschen komprimiert werden und ich bringe noch ein bisschen Kontext mehr rein. Wer aber mal das grundsätzliche Bild hier einfach sehen will für die nächsten Jahre, macht hier einfach mal kurz Pause und ja, schaut sich mal einfach an, wie groß etwa der Umsatz, der Titel ist und so weiter, ja, was die wichtigsten Titel sind. Und diese Daten, wo bekomme ich die her, die kommen jetzt nicht vom Unternehmen, sondern die gibt es eben auf ganz viele Plattformen entsprechend, die dann zum Beispiel diese ganzen Games aufbrechen auf den Plattformen, wo sie gespielt werden. Eine ganz wichtige Plattform ist hier entsprechend Steam und wir gibt es ja immer wieder so Steam-Datenbanken beispielsweise, ja, wo man hier zum Beispiel auch sehen kann, wo man dann hier auch sehen kann, wie groß ist der Anteil der Follower, wie viele Spieler gab es und da kann man eben mit relativ genauer Zuverlässigkeit auch den Umsatz und so weiter dann dadurch bedingt rausrechnen und aufbrechen auf die einzelnen Produkte. Das Ganze habe ich jetzt mal noch ein bisschen komprimiert für euch, damit wir uns ein besseres Bild machen können und hier jetzt ein bisschen Kontext. Ihr seht jetzt unten hier in diesen lila schattierten Farben, seht ihr hier zunächst einmal die wichtigsten Titel im Grand Strategy Bereich. Das heißt, ihr seht hier Hearts of Iron, Europa Universalis, Stellaris, CK, also Crusader Kings und Victoria 3, das ist jetzt in diesem Block und was dann hier oben zum Beispiel noch ist, das ist dann Age of Wonders. Das heißt, diese ganzen Kerntitel im Strategiebereich sind hier in lila und was man halt auch hier sehen kann, es gibt ein paar größere Titel, aber grundsätzlich bauen die alle schön aufeinander auf. Also der größte Titel vom Umsatz her ist sicherlich, hier ist CK Dry, also Crusader Kings, der auch in diesem Jahr ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr haben dürfte mit den ganzen DLCs, die jetzt auch dieses Jahr rauskommen. Deswegen sieht man hier, das ist der größte Block und Victoria zusammen mit Age of Wonders in etwa gleich groß und ansonsten sieht man Hearts of Iron kommt danach mittlerweile in der Reihenfolge, ist die letzten Jahre extrem stark gewachsen und dann auch unten nochmal Stellaris entsprechend. Also hier mal die ganze Übersicht, wie sie aktuell in etwa ausschaut, wie sie für die letzten Jahre ausgeschaut hat, wie sie für 2023 ausgeschaut hat und 2024. Und hier auch im Übrigen, ja, das kann man hier sich auch im Übrigen hier auch aus diesem Video ableiten. Hier gibt es dann später entsprechend nochmal einen Aufriss von einzelnen Gaming-Titeln mit Umsatz und so weiter. Man sagt zwar nicht, welche Titel das sind, aber wenn man ganz genau hinschaut, ein bisschen recherchiert, wann welches DLC rausgekommen ist, dann kann man schon sehen, welche Titel hier als Beispiele herangebracht werden und kann dann dadurch entsprechend auch einen schönen Vergleich machen und eben hier das Ganze, den Umsatz weiter aufbrechen. Eben die Zahlen einem selbst generieren, die Paradox so nicht öffentlich vorliegt. Danach sehen wir im Grün, das ist der ganze Block Simulationsbereich, also hier vor allem jetzt im Jahr 2023 die wichtigsten Titel. City Skylines und City Skylines 2 eben hier ein bisschen in einem kräftigeren Grün. Und hier muss man schon sehen, das war ein sehr erfolgreiches Jahr 2023, zumindest wenn man mal beide Titel zusammenfasst. Hier hätte aber City Skylines 2 noch ordentlich mehr rausbringen sollen. Dazu gehen wir vielleicht später noch ein bisschen ein. Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft blicken, dann sehen wir hier, dass ich jetzt für 2024 einen deutlich geringeren Umsatz für City Skylines 2 angenommen habe, was ja klar ist, man wird jetzt erstmal dieses Jahr reinkommen müssen, um diesen Titel erstmal aufzupolieren, aufzufrischen. Was aber ganz überraschend ist, ist, dass entsprechend City Skylines 1 trotzdem relativ stark weiterhin auch vom Umsatz her bleibt. Kann auch Sinn machen, wenn jetzt eben viele sagen, okay, City Skylines 2 ist jetzt noch nicht so weit, ich gehe jetzt zu dem Vorgänger zurück und spiele erstmal mit dem. Und hier fehlen mir noch ein paar Addons und DLCs, dann wird hier entsprechend auch gekauft. Und vor allem gibt es jetzt auch auf den Konsolen gar keine Möglichkeit, im Moment City Skylines 2 sich zuzulegen. Und danach kommen wir hier in diesen orangenen Block, da nehme ich jetzt erstmal alles andere rein, was jetzt so nebenher ein bisschen läuft, was jetzt aber nicht so wirklich wichtig ist, zumindest jetzt im ganz großen Kontext. Da kommen auch viele Titel rein, von zum Beispiel dem Publishing Arm, Paradox Arc und so weiter. Jetzt wissen wir, dass es dieses Jahr, wenn wir mal grundsätzlich auf den letzten Geschäftsbericht eingehen, mal ganz hoch scrollen, relativ weit oben, sehen wir hier, wissen wir, es gibt neun Titel, die jetzt in der Pipeline sind, zehn aktive Titel, neun Games in der Pipeline. Wir wissen von fünf im Endeffekt, die veröffentlicht werden und die alle dieses Jahr rauskommen. Das sind, wenn man jetzt mal ein bisschen genaueres Bild haben will, das sind diese fünf Titel hier. Foundry, Prison Architect 2, Millennia, Bloodlines 2 und Live by You. Auch hier, vielleicht von dem Kontext, ich habe hier schon mal zugeordnet, wie viel Umsatz etwa jeder Titel generieren wird. Und ganz interessant, um vielleicht auch hier schon mal ein bisschen Kontext zu geben, es wird ein paar Titel geben, die werden so lala reinlaufen und es wird einen relativ großen Flop geben. Dieser große Flop, den sieht man schon hier, Bloodlines 2 in Rot, der wird noch nicht einmal wirklich an den Umsatz ankommen, wie wir Age of Wonders 4 sehen. Das heißt zumindest hier in diesem Investment Case. Also ich sage nicht, dass es genau so reinlaufen wird. Da gibt es eben noch ganz viele Themen, wo wir jetzt noch nicht 100% wissen. Aber zumindest jetzt vom Kontext her, Bloodlines 2 ist eines der ambitioniertesten Projekte von Paradox Interactive gewesen. Die letzten Jahre machten sehr viel Kapital genommen, um hier rein investiert. Wir können auch hier wieder kurz zurückgehen zu dem Geschäftsbericht. Und wenn wir hier einfach mal auf die Bilanz eingehen, dann sehen wir hier Capitalized Development. Davon ist der Großteil, also es sind im Endeffekt 146 oder 140 Millionen Euro, jetzt mal ganz grob, die hier drin stecken, die Investitionen in Game-Projekte in den letzten Jahren stecken und absoluter Großteil, wahrscheinlich so in die Richtung 800 bis 900 Millionen schwedischen Kronen, dürfte allein Bloodlines 2 sein. Das heißt ein sehr großer Titel, der hier reinkommen wird Ende des Jahres und ich rechne ihm einen sehr geringen Umsatz zu. Was das bedeutet zwischen geringer Umsatz und relativ viel kapitalisiert, dazu gehen wir später nochmal ein, wenn wir auf die Kursentwicklung so eine kleine Perspektive eingehen wollen. Wichtig aber hier in meinem Investment Case, ich gehe davon aus, dass Bloodlines 2 eben ein Flop wird. Ja, er wird am Anfang einige 100.000 Kopien auch verkaufen können, definitiv. Dazu ist auch die Fanbase viel zu riesig, um hier vielleicht auch nochmal ein bisschen Kontext zu generieren, wenn wir uns einfach mal Bloodlines 2 anschauen, von den Daten her, hier zum Beispiel auch auf Steam, auf den Steam Charts, auf der Steam Datenbank, dann sehen wir hier die Community, die Fanbase ist einfach riesengroß. Wir haben hier mittlerweile 167.000 Follower, das heißt auch von den Wish Listings her, es sind mir wahrscheinlich Richtung zwischen 500.000 und 1.000.000 Personen, die hier einfach dem Projekt folgen. Das war mit sehr langer Zeit in den Top 10, ist jetzt gerade rausgeflogen auf Platz 11. Dennoch eines der größten Projekte und man hätte tatsächlich eine sehr große Fanbase gehabt, die man aber durch, ja ich sag mal, vielleicht auch der falschen Auswahl der Entwicklerstudios eben jetzt das Ganze nicht so reinkommen sollte, meiner Ansicht nach perspektivisch. Es gab ein paar Trailer und wenn man sich einfach mal die ganzen Foren durchliest, kommt das Spiel eben sehr, sehr schlecht an bei der Community. Zumindest das, was man bisher gesehen hat. Man hat jetzt noch nicht extrem viel geteilt, aber erfahrungsgemäß wird es eher schwierig sein. Also da müsste wirklich jetzt extrem viel noch passieren und das ist eher, ja eher rechnet man hier ein bisschen konservativ und lässt sich dann am Ende überraschen. Wir gehen gleich nochmal drauf ein, was das bedeutet. Grundsätzlich würde ich aber hier sagen, Bloodlines 2 wird dieses Jahr ein Flop, wird sich initial ein bisschen verkaufen bei 100.000 Kopien, wird dann aber sehr schnell hier in der Bedeutungslosigkeit verlieren. Ja, man wird dann vielleicht noch die nächsten Jahre ein kleines bisschen an Umsatz generieren können durch Rabattaktionen, aber das wird kein Titel, der jetzt hier sich festigt oder großen Umsatz generiert. Das sah in meinem ersten Investment Case von vor drei Jahren, das liegt schon wirklich einige Zeit zurück, habe ich hier Bloodlines 2 deutlich mehr zugetraut, muss jetzt hier entsprechend in die Kürzung reingehen. Wir gehen auch nochmal ein bisschen später drauf ein, auch vom Gesamtbild her. Ja, hier aber erstmal wichtig, Bloodlines 2 wird ein Flop, vor allem, weil mich auch viele Fragen erreicht haben, ja, wie wichtig wird das jetzt für die Paradox Interactive Aktie, was passiert da? Ganz wichtig hier in meiner Kalkulation, eben kein großer Umsatztreiber von diesem Projekt. Danach haben wir drei weitere Projekte, Foundry, Prison Architect und Millennia. Da gibt es einige, die sich schon ganz gut verkaufen werden. Ich denke hier, Prison Architect 2 wird durchaus seine Fanbase finden, aber ihr seht auch schon hier, alle drei Titel ordne ich unter Sonstiges zu. Das heißt, ja, das heißt, die werden jetzt kein Riesenerfolg, der jetzt hier irgendwie ein Überraschungssit für Paradox Interactive für dieses Jahr bedeutet. Auch Millennia sieht sehr interessant aus. Hier vielleicht ein paar Designentscheidungen, die, ja, ich sag mal, so getroffen wurden, dass man jetzt auch hier wieder nicht die riesige Fanbase abgreifen kann, vor allem im grafischen Bereich. Werden wir einfach mal schauen. Und auch hier rechne ich gerade mal vielleicht für das ganze Jahr etwa mit 250.000 verkaufter Kopien. Bei Millennia in meiner Kalkulation, Prison Architect 2 wird dieses Jahr für das gesamte Jahr etwa 500.000 verkaufter Kopien haben. Man wird initial vielleicht auch so um die 200.000 verkaufter Kopien haben. Im ersten Monat rechne ich ganz grob. Und hier Millennia übers ganze Jahr ebenso viel wie Prison Architect im ersten Monat verkauft. Und dann Foundry. Ich denke mal, von den Umsatzzahlen wird das der geringste Titel dieses Jahr sein. Also praktisch, was direkt aus der Core-Pipeline kommt. 100.000 verkaufte Kopien. Und das war's dann. Und dann haben wir hier Live by You. Auch hier seht ihr schon, der Balken ist jetzt auch nicht besonders riesig dieses Jahr. Hier gibt es jetzt ein paar Punkte. Hier habe ich Live by You. Der Titel ist meiner Ansicht nach jetzt im Moment am schwierigsten zu prognostizieren. Er ist im Early Access drin. Es gibt auch durchaus eine sehr interessante Fanbase, die als auch dem Titel folgt. Auch hier mal kurz zur Steam-Datenbank. Und wenn wir uns hier einfach mal kurz anschauen, Live by You, dann können wir auch hier schon mal ein bisschen abschätzen, wie das Ganze hier auch von der Dynamik aussieht. Und hier ist jetzt erstmal, grundsätzlich muss man sagen, ich habe mir hier von der Follower-Anzahl schon noch mal ein bisschen mehr versprochen damals, als ich den Titel auch schon prognostiziert hatte, dass ja sowas in Entwicklung ist, lange bevor sowas angekündigt wurde. Hier muss man sagen, der Initiale, also praktisch das, was am Anfang passiert ist, war eher schwach. Aber die Dynamik stimmt mich dann doch ein bisschen positiv. Also wir sehen hier, die Dynamik ist weiterhin recht stark. Deswegen muss man einfach mal abwarten, was jetzt hier Live by You so ein bisschen auch im Early Access rausbringt. Ich gehe eher davon aus, dass die Playerbase hier am Anfang eher relativ gering sein sollte. Und wir auch erst so ein paar hunderttausend Kopien dieses Jahr sehen. Also kein Millionenhit beispielsweise sofort wird, sondern wir sehen ein paar hunderttausend verkaufte Kopien. Und dann wird das Entwicklerstudio eben dranbleiben, um hier das Game im nächsten Jahr, das heißt 2025, final aus dem Early Access rauszubekommen. Dann gibt es so einen, ich sage mal, kleinen Verkaufspush. Dann ins nächste Jahr ein paar Add-ons. Vielleicht kommt dann hier das Ganze nochmal auf die Konsolen. Aber da rechne ich auch hier, seht ihr schon nicht, dass dieser Titel sich etabliert. Vor allem, das ist vielleicht so ein bisschen eher der kritischste Punkt. Live by You ist hier auch eben ein Titel, der besonders teuer ist in der Herstellung insgesamt. Wir haben ein Entwicklerstudio an der Westküste der USA. Ja, sehr teures Pflaster. Da wird man schon etwas mehr Umsatz generieren müssen, als das, was ich hier auch prognostiziert hatte in meiner eher konservativen Rechnung, um hier eben tatsächlich dieses Projekt langfristig am Ball zu behalten. Das heißt, in meiner ersten Rechnung, ihr könnt schon sehen, die ist mittlerweile sehr kritisch auf Paradox gegenüber eingestellt. Hier Bloodline 2, ein sofortiger Flop in diesem Sinne. Live by You wird sich nicht dauerhaft etablieren und diese drei Titel aus dem ebenfalls Kernportfolio. Ja, ich rechne hier, dass zum Beispiel Prison Architect 2 sich schon etablieren wird, aber trotzdem eher im Bereich Sonstige auch in Zukunft laufen wird. Foundry war es, das auch nach den ersten Monaten wird eingestellt. Millennia, ja, auch hier ein bisschen, das könnte tatsächlich ein Überraschungserfolg sein, aber ich rechne ihn hier in meiner Kalkulation eben nicht mit einem Überraschungserfolg, sondern erstes Jahr ein paar hunderttausend verkaufter Kopien bis Jahresende, dann fließen auch die ersten DLCs und irgendwann, Anfang, Mitte nächsten Jahres, wird das Ganze hier auch eingestellt. in meiner persönlichen Rechnung, ja. Also hier in meiner persönlichen, sehr konservativen Rechnung, wie immer gesagt, nicht, dass jetzt hier mega viele kritische Kommentare kommen, dass das alles viel bullischer und viel besser sein wird. Eher rechne ich hier ein bisschen konservativer und lasse mich dann positiv überraschen. Dennoch will ich hier auch nicht allzu konservativ rechnen, also ich rechne jetzt nicht hier, okay, gar nichts verkauft sich, weil dann kann ich das ganze Spiel auch sein lassen. Ich versuche hier ein konservatives, aber maximal realistisches Bild dennoch abzubilden. So, das sind die Titel, die wir in diesem Jahr dann sehen werden, also fünf Titel, alle so ein bisschen, ich sag mal, nicht in Paradox Interactives absoluten Kernportfolio, ja, das ist hier kein einziges Grand Strategy Game beispielsweise, was von den internen Studios produziert wird, also, ich sag also mal, die absolute Kernspielerschaft treffen wird. Also man versucht hier, das ist im Endeffekt auch das, ich sag mal, das restliche Portfolio, was man damals vor ein paar Jahren mal aufgebaut hat und gesagt hat, wie ihr wollen jetzt maximal jetzt auch in andere Spielerbasen ausbrechen und hier, also vor allem Foundry, Millennium, Bloodlines, Silent Life by You, um hier tatsächlich jetzt noch mehr Spieler reinzubekommen, die jetzt zum Beispiel unsere Spiele vielleicht in der Regel nicht so spielen. Ich sehe hier eher mäßigen Erfolg für diese ganzen Titel, zumindest für dieses Jahr und für die nächsten Jahre wird an denen auch meiner Ansicht nach nicht weitergearbeitet werden, zumindest eben in dieser Rechnung. Wir sehen aber auch hier, der Balken für 2024 ist er noch größer, das heißt, wir sehen ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr, obwohl wir ja im Vorjahr hier City Skylines 2 als großen Block haben und dieser jetzt abschmilzt, deutlich abschmilzt, sehen wir dennoch hier einen Anstieg, was am Ende auch dazu einfach führt, ja, das ist halt schon mal eine große Anzahl an Titeln, also fünf Titel in einem Jahr gab es noch nie, zumindest aus dem Kernportfolio heraus, deswegen schon ein sehr intensives Jahr, hier könnte es auch einige Überraschungen geben, also die größten Überraschungen traue ich hier Millennia Live by You zu und vielleicht, wenn man eben sehr viel Glück hat bei Bloodlines 2, aber ja, genug davon, jetzt ein wichtiger Punkt zum Beispiel auch, wenn man hier auf die einzelnen Titel eingeht, ich habe ja hier noch ein paar Infos gebracht, Live by You, was glaube ich, wo hier so ein bisschen das Ganze schief abgebogen ist, denn vor ein paar Jahren, wenn man sich mal meinen Investment Case von damals anschaut, hatte ich Live by You als den wichtigsten Titel nach City Skylines 2 im Endeffekt hervorgehoben, habe gesagt, hey, das Ding hier könnte The Sims Killer sein und könnte sich wirklich massiv etablieren, schwierig mittlerweile, denn wir haben mittlerweile extrem viel Konkurrenz bekommen, auch in diesem Bereich, Paralives haben wir, wir haben hier auch Insoe vom koreanischen Hersteller Crafton oder vom koreanischen Studio Crafton, hier einfach nur mal das Ganze im Vergleich zu sehen, es gab einfach wahrscheinlich auch hier ein paar Designentscheidungen, die dazu geführt haben und hier auch einfach, ja, der Trailer wurde über eine Million Mal angeschaut, das hätte man bei Live by You auch gerne gesehen, aber man ist einfach grafisch, was man bei Paradox oftmals so ein bisschen als Kritikpunkt sieht, trifft hier einfach auch auf diesen gleichen Vergleich zu, wenn man sich einfach mal die grafische Perspektive anschaut im Lebenssimulationsbereich, ist es vielleicht nochmal etwas ganz anderes, ist es eben viel wichtiger, als jetzt irgendwelche Map Painter, sag ich mal, und wenn ich dann halt einfach in soll, dieses Jahr mit diesem Trailer hier rauskommt, der grafisch sehr, sehr ansprechend ist und eben auch ein Lebenssimulationsspiel ist, das in die gleiche Kerbe schlägt, wie jetzt zum Beispiel With Sims oder wir zum Beispiel Paralives oder jetzt wir hier zum Beispiel vom Paradox Interactive Live by You, ja, dann ist es schon schwierig, wenn man sich hier auch grafisch messen muss und eben dann nicht so hinkommt. Ich rechne trotzdem damit, dass Live by You seine Spielerschaft findet und wir hier am Ende eine Überraschung sehen könnten, aber in meinem Investment Case hier rechne ich eher konservativ. Gehen wir jetzt einfach mal weiter, denn das ist jetzt einfach nur der Jahr, der Blick hier auf das Jahr 2024 und hier vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt. Ich habe jetzt mal die Simulation oder die Berechnung bis 20, Ende 2027 mal durchgenommen. Ihr seht hier 2028 geht der Balken etwas runter. Nimmt das ein bisschen mit Vorsicht, denn wir haben, ich habe zumindest nicht alle Informationen, die erst nach 2027 kommen. Also, aber welche Informationen oder was könnte ich recherchieren zumindest bis 2027 hinaus? Nun, wir sehen ja, neun Titel hatten wir, fünf wurden hier schon angekündigt, fehlen also noch vier Titel und was sind diese vier Titel? Diese vier Titel sind meiner Ansicht nach Europa Universalis 5, also der Nachfolger Grand Strategy Game kommt 2025. Danach haben wir 2026 und das, wie gesagt, hier könnt es ein paar Verschiebungen geben. Ihr könnt das entweder tauschen oder Surviving Mars 2 kommt jetzt hier, 2027 oder 2 Grand Strategy, Gamescom 2027, aber innerhalb dieser drei Jahre sollten wir die restlichen vier Titel sehen. Wie gesagt, Europa Universalis kommt schon nächstes Jahr 2025, danach sehen wir eine neue IP im Grand Strategy Bereich. Dazu gab es auch schon seit dem Jahr 2021 sehr, sehr viel Hinweise, Stellenausschreibungen. Wir wissen, es ist eine neue IP. Wir wissen oder wir vermuten, dass es im Fantasy Bereich angesiedelt ist. Ich habe jetzt hier so ein bisschen mir was generieren lassen als Bild, ja. Es kann auch in eine ganz andere Richtung, in eine ganz andere Kerbe schlagen. Also es könnte auch eher so ein, muss kein High Fantasy sein mit Drachen und Rittern oder so weiter, sondern könnte auch irgendwas in den Bereich gehen mit so einer Art Warhammer 40k oder sowas. Also hier kann wirklich das Ganze sehr breit sein, aber diese neue IP dürfte meiner Ansicht nach dann eventuell schon 2026 kommen. Ich vermute auch, dass an Surviving Mars 2 gearbeitet wird. Auch da gibt es ein paar Hinweise, die darauf schließen lassen. Surviving Mars 2 war im Übrigen vor ein paar Jahren auch einen deutlichen Tick, ich sage mal erfolgreicher. Wir sehen auch hier 2018 das Ganze grün, das heißt der Titel war profitabel, konnte sich aber nicht hier festsetzen als Endless-Titel. Das heißt, man hat irgendwann die Produktion eingestellt, was auch daran lag, dass hier Surviving Mars einfach ein paar Entwickler hatte, die man von extern immer geholt hat, die sehr schlecht gearbeitet haben hier. Und mittlerweile haben wir auch ein internes Studio hier mit Surviving the Aftermath, was hier schon im Bereich Surviving-Titel, ja, der IP Surviving, wäre irgendwas, dass man hier schon durchaus die Titel produzieren kann und sie auch ihre Verkäufer finden. Deswegen wäre es eigentlich unplausibel, hier das ganze Surviving Mars-Thema sein zu lassen. Also hier meiner Ansicht nach relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir Surviving Mars 2 in den kommenden Jahren sehen und dann eben drei Grand-Strategy-Games. Wieso drei? Mittlerweile, ich glaube, wenn man so ein bisschen die Community liest, gehen alle davon aus, dass es ja nur zwei Titel sind, die in Entwicklung sind. Nein, meiner Ansicht nach mit den Infos, die ich gefunden habe, haben wir tatsächlich drei Titel in Entwicklung. Wir haben hier Fantasy oder Grand-Strategy-Bereich in einem Fantasy-Rahmen, Stellaris 2 meiner Ansicht nach und Europa Universalis. Und interessant ist das Ganze vor allem für den Umsatzaspekt, dass eben diese drei Titel im absoluten Kernbereich der Stammspielerschaft von Paradox Interactive aktiv sind. Surviving Mars 2, die jetzt ein klein bisschen außenrum, aber wir sehen auch hier, von der Umsatzbedeutung ist auch dieser Titel die nächsten Jahre vermutlich der geringste. Auch denen traue ich hier ein bisschen was zu, dass man hier eben so auf ein bisschen so auf ein Level kommt wie Live by You, sehr konservativ gerechnet oder hier zum Beispiel Age of Wonders 4, ein bisschen schwächer. Das sind hier schon alles Kerntitel und mit Kerntiteln kann man auch die, ich sag mal, die Umsatzprognose viel einfacher treffen als jetzt hier zum Beispiel mit Foundry. Extrem schwierig einfach so was, weil es hier einfach relativ wenig Überschneidungen gibt, auch mit der Kernspielerschaft. Aber hier kann man schon durchaus sagen und durchaus abschätzen und sagen, okay, was ist die bisherige Spielerbasis zum Beispiel von Europa Universalis, die PS4. Was bedeutet das eben? Wie wird das Pricing sein? Ja, der Preis wird hoch gehen für das Basisspiel. Die Add-on Preise werden hoch gehen, werden größer werden, werden aber auch vom Preis her ein bisschen mehr werden und da rechnet man das Ganze zusammen und dann hat dann, kann man so ein bisschen auch den Umsatz prognostizieren. Man sieht schon, dieser lila Balken, das sind ja praktisch diese alten Grand Strategy Games, der nimmt im Laufe der Zeit ab, wird aber abgelöst durch eben einen neuen Teil. Hier zum Beispiel Europa Universalis bekommt Nachfolger, sinkt dadurch aber nochmal im Umsatz deutlich ab und genau entsprechend auch weiterhin Stellaris 2 sorgt dafür, dass dann entsprechend Stellaris deutlich verschwindet. Also praktisch der erste Titel. Das heißt, der Nachfolger sorgt in der Regel immer dafür, dass dann der Titel zuvor, der ältere Titel dann im Laufe der Zeit verschwindet und abgelöst wird. Bei City Skyline 2 sieht man aber auch, was passiert, wenn das eben so nicht eintritt. Das heißt, wenn man hier einfach einen Titel bringt, der von der Qualität einfach nicht passt, dann ist es eben hier auch ganz interessant und überraschend. Es sorgt nicht dafür, wie wir zum Beispiel auch im Jahr 2023 gesehen haben, 2024 auch zumindest so ein bisschen prognoseweise ein bisschen sehen können, dass hier jetzt eben, wenn der Nachfolger kommt und der floppt oder ist relativ schlecht auch von der Qualität her, dann sorgt es nicht dafür, dass dann der alte Titel verschwindet und der neue Titel verschwindet, nein, dann sorgt es ja dafür, dass dann die Spieler, falls so ein Flop kommen sollte, dann eher sagen, ja okay, dann spiele ich halt das Spiel, was ich jetzt schon seit acht Jahren immer spiele und hey, hier fehlen mir noch ein paar DLCs, dann kaufe ich die einfach dazu und den Nachfolger packe ich mal in die Schublade und irgendwann, wenn er vielleicht besser ist, dann schaue ich mir nochmal an. Das heißt hier, auch als Perspektive rechne ich eben damit, dass diese Titel hier in den nächsten Jahren kommen und eben diesen entsprechenden Umsatz generieren und die drei, ich sag mal gewissermaßen schon ein Erfolg werden, denn ihr seht schon, die lösen dann in den Vorgängen ab. Also hier rechne ich eher konservativ, hier rechne ich meiner Ansicht nach, weil ich auch hier die besseren Prognosen machen kann, eher so ein bisschen mit einem realistischeren Bild für die kommenden Jahre. Und dann gibt es eben auch ganz viel, zum Beispiel seht ihr hier in den nächsten Jahren, was ich hier nicht mit einberechnet habe, war der ganze Blog Paradox Arc, also praktisch die gepublisheden Titel, die irgendwelche kleinen Teams, so zwei, drei, vier, fünf Mann Teams irgendwo im Kellerchen basteln und wo Paradox hofft, dass einer von diesen Titeln irgendwann in den nächsten Jahren ein Mega-Hit wird. Ja, ich habe es auch hier wieder sehr konservativ gerechnet, Paradox Arc wird auch hier im Bereich Avas, also Sonstiges, durchaus wachsen. Wir werden auch einige interessante Titel sehen dieses Jahr, wie zum Beispiel, wir können mal hier rüber blicken, Star Miner ist meiner Ansicht nach der interessanteste Titel bisher im Bereich von Paradox Arc, also hier dem Publisher-Arm von Paradox Interactive, hat hier durchaus eine sehr interessante Entwicklung auch hier gehabt, sehr dynamisch, also hier, das war diese ganze Follower-Anzahl, bevor Paradox Arc angekündigt hatte, das ist jetzt auch unser Titel, den wir publishen und dann eine sehr explosive Entwicklung, das heißt, der Titel wird hier, oder könnte hier durchaus auf sehr, sehr viel Interesse stoßen, könnte ein Überraschungsset werden, aber auch hier in meiner Kalkulation, in meiner recht konservativen Gestaltung, hier in meinem, in meinen Umsatzprognosen, ist auch das hier nicht wirklich so drin. Aber da kann durchaus etwas passieren, dass man hier eben einen Titel auch sieht, der irgendwann mal explodiert und plötzlich ein Überraschungserfolg ist. Ich will hier aber mit sowas gar nicht rechnen, also ich will hier nicht irgendwas rein interpretieren und sagen, oh ja, es kommt irgendjemand ein Überraschungstitel und der wird x-Millionen einbringen. Nein, ich rechne damit, was ich sehe und versuche das eben möglichst realistisch, aber mit konservativen Zahlen dennoch abzubilden. Was man hier auch dazu sagen kann, dass Paradox Arc hier im Bereich Avas, wenn man auch hier mal ein paar Podcasts gehört hat von Paradox, dann wissen wir auch mittlerweile, dass die hier das Ziel haben, jedes Jahr aus dem Paradox Arc Publishing Arm ein Titel mit zu übernehmen in das Kernportfolio, also idealerweise. Das heißt, man ist hier schon recht ambitioniert unterwegs. Es sieht hier also so ein bisschen aus, okay, wir haben hier irgendwelche Titel und das Warstern Paradox Interactive stellt seine Ambitionen ein. Es wird nicht mehr so groß wachsen. Zum Wachsen kommen wir auch gleich nochmal, aber wenn wir es hier nochmal anders sehen, man wird hier eher so zweitschienig fahren in Zukunft. Man wird hier dieses Kernportfolio haben, was auf maximal positiven Cashflow getrimmt ist und eben sehr profitabel sein soll. Und auf der anderen Seite wird man einen sehr kleinen Bereich mit Paradox Arc haben und dort eben diese Moonshots einfach mit reinpacken. Also das wird weiterhin so bleiben. Jetzt wenn wir mal grundsätzlich schauen, okay, wie geht es dann hier von der Umsatzentwicklung? Jetzt haben wir hier ein paar schöne Balken gesehen. JD, was bedeutet das? Hier, wie gesagt, hier mal nur bis 2027. Macht mal gedanklich einen Cut bis 2028 rein. Ich rechne zum Beispiel mit 2029, dass es zu Iron kommt. Aber das hier ist mittlerweile noch nicht einmal tatsächlich irgendwie in Entwicklung. Das heißt, da kann auch sehr, sehr viel passieren. Man hätte jetzt fünf Jahre Zeit, aber macht mal einfach hier einen gedanklichen Cut. Dazu fehlen einfach ein paar Informationen und die kann ich dann vielleicht wieder einfach ein paar Jahre nachliefern. Wir können aber hier sehen, ausgehend vom Jahr 2023 rechne ich für die nächsten Jahre mit einem Umsatzanstieg von Jahr zu Jahr. Also ein CAGR, also praktisch einen durchschnittlichen Jahresanstieg von Jahr, also von 2023 im Schnitt und so weiter für jedes Jahr mit einem Umsatz Wachstum von zehn Prozent. Hier gibt es einfach ein paar Dinge drin, ja. Ich rechne zum Beispiel auch hier nirgendwo großartig mehr mit einem Wachstum bei diesen alten Titeln. Hearts of Iron 4 sollte noch ein kleines bisschen weiter wachsen, vor allem weil man hier noch mehr Potenzial hat im Bereich der DLCs und der Häufigkeit, wie man diese DLCs rausbringt. Aber ihr seht schon, überall anders stagniert das Ganze. Und das einzige, was man hier vielleicht nochmal in dieser Prognose beachten sollte, ist die Skylines 2, hier dieser große grüne Block, dieses Jahr ein Übergangsjahr. Und ich rechne aber schon noch damit, dass der Titel irgendwann nicht mehr an sein volles Potenzial reinkommen wird. Das definitiv nicht. Aber dass man zumindest so auf der Ebene irgendwann landet, wie wir mit City Skylines 1 gesehen haben. Also das ist schon eigentlich, eigentlich müsste man das als Misserfolg sehen, dass der Nachfolger nur so groß ist, wie der Vorgänger, der von vor zehn Jahren entwickelt und auf den Markt gebracht würde. Aber hier, man sieht schon, normalerweise wäre der Balken wahrscheinlich doppelt so groß in den Folgejahren auch gewesen, wenn eben der Titel nicht qualitätstechnisch gefloppt wäre. Und ich rechne dennoch damit, dass City Skylines 2 im Laufe der Zeit mehr an Qualität gewinnt. Auch DLCs dann entsprechend auf den Markt kommen und dann der Titel 1 zu 1 eigentlich so City Skylines 1, also den Vorgänger, ablösen dürfte. Aber das Wachstumspotenzial eben komplett verloren gegangen ist. Dennoch, wenn wir hier jetzt mal schauen, 10% durchschnittliches Umsatzwachstum von Jahr zu Jahr, dann klingt das erst mal gar nicht so viel, wenn man vor allem auch nachher die Bewertung von Paradox Interactive anschauen. Hier zum Vergleich auch nochmal, was sagt denn Paradox Interactive selber? Den Paradox Deep Dive? Und hier sagt man, hey Leute, über die letzten sechs Jahre, also von 2016 bis 2022, konnten wir im Schnitt 21% wachsen in unseren Kerntiteln. Vor allem, wenn die Nachfolger gekommen sind. Das heißt, wenn wir mal hier schauen und wir sehen ja, ich habe auch einige Nachfolger prognostiziert im Kernportfolio, dann müsste ja der Anstieg, wenn man mal so ein bisschen von der Vergangenheit in die Zukunft rechnet, bei 20% sein. Und ich bin jetzt hier mit meinen 10% eher konservativ, vor allem weil ich hier auch ein paar Sättigungseffekte einfach sehe im Grand Strategy Bereich und wir hier eben vielleicht nicht mit diesen historischen 20, 21% Wachstum auch weiterhin rechnen, vor allem weil man auch hier wieder von einer relativ geringen Basis hergekommen ist. Also hier sehe ich schon diese 10% als Umsatzwachstum dennoch als sehr konservativ, aber durchaus realistisch an. Also hier praktisch im Quervergleich und hier muss man auch dazu sagen. Wir kommen später noch ein bisschen dazu zum ganzen Cashflow Bereich, aber hier muss man sagen, Paradox Interactive hat keine Schulden, ist schuldenfrei, hat auch einiges Cash in der Bilanz sitzen und wird auch hier, das schon mal als Vorgriff, einiges an Cashflow generieren. Man kann hier auch einige weitere Wachstumsinitiativen durchaus starten. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass hier Paradox Interactive vor einigen Jahren versucht hat, Creative Assembly zu kaufen. Das sind ja die Hersteller von den ganzen Total War Titeln. Also hier zum Beispiel als letztes Total War Pharao und an sich, ganz ehrlich, ich glaube die größten Synergien würde es wirklich sehr, sehr geben, wenn Paradox damals dieses Studio bekommen hätte oder es gekauft hätte. Es ist mittlerweile bei Sega gelandet. Wir sehen aber auch, dass Creative Assembly hier auch einige Probleme hat mittlerweile wirklich in ihrer Produktion. Auch ähnlich, ich sag mal so ein bisschen City Skylines 2 mäßig, bloß so ein bisschen zieht sich das schon über Jahre hin in der IP. Und hier wäre das eigentlich entweder, wenn man Creative Assembly nicht selber bekommen kann oder nicht bekommen hat in der Vergangenheit, wäre das zum Beispiel auch ein Bereich, wo ich sagen würde, hier könnte man, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, durchaus versuchen, dieses Segment hier auch anzugreifen. Auch die Fans hier sind eher unzufrieden in den letzten Jahren gewesen in der Entwicklung, was hier die Total War Reihe betrifft. An sich aber sehr interessante Strategie IP, die auch durchaus einige Käufer hat. Also so ist es nicht. Der Titel hier ist schon groß genug, dass man hier auch sich etablieren könnte. Und wir sehen ja auch hier beispielsweise mit Millennia versucht man ja so ein kleines bisschen auch in den Bereich Civilization zu gehen. Die andere große Strategy IP, relativ groß, sehr viele, sehr große Spieler schafft. Also hier könnte einiges passieren, wenn man hier vor allem versucht, durch irgendwelche Wachstumsinitiativen Creative Assembly anzugreifen. Also hier beispielsweise der eine Bereich und zum anderen Bereich, was auch hier, wo ich wieder auch sehr realistisch einschätze, Sports Interactive. Also das sind die ganzen Football Manager, also beziehungsweise das Studio, was hier die Football Manager Reihe immer rausbringt. Auch die sind bei Sega gelandet und auch denen hatte Products Interactive Interesse. Ist auch hier nichts geworden, aber auch hier könnte ich mir vorstellen, dass Paradox entweder die letzten Jahre schon probiert hat, hier im Sportbereich Fuß zu fassen, die Titel dann aber nicht so schön waren und man sie vor Ankündigung schon gekürzt hat. Aber auch hier eben entsprechend gibt es durchaus noch weiterhin Wachstumspotenzial, selbst nach 2027. Man muss nicht nur immer in dem sehr engen Rahmen bleiben, den man sich hier auch sehr groß aufgebaut hat, sondern kann ihn so ein kleines bisschen erweitern und nicht alles muss immer ein Flop sein, wie ich jetzt hier zum Beispiel gerechnet habe in dem Bereich, sondern da kann schon durchaus einiges passieren. Das vielleicht nochmal so zum Hintergrund. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt davon ausgehe, dass Paradox Interactive aufhört zu wachsen. Die nächsten Jahre wird durchaus ein Wachstumstitel bleiben, aber was wir sehen können, ist, dass wir hier eben jetzt ganz anders in die Profitabilität reinkommen. Das ist jetzt der nächste Punkt. Jetzt haben wir hier zum Beispiel ja den Umsatz gesehen mit den ganzen Titeln und dann stellt sich die Frage, JD, was machst du hier nur? Wieso tust du dir das an? Wichtig ist hier, wenn man so eine Analyse trifft, wenn so eine Prognose trifft für die Jahre, der Umsatz ist ja nur eine Basis. Am Ende interessiert mich ja der Umsatz so gar nicht, sondern mich interessiert, wie viel bleibt für mich unterm Strich hängen? Wie viel bekomme ich als Aktionär unterm Strich Umsatz? Entweder durch einen Free Cashflow Anstieg oder durch irgendwelche Dividenden oder beides. Im Endeffekt als erstes Free Cashflow Anstieg und dann bekomme ich durch den Free Cashflow einen Teil der Dividende oder Sonstiges. Oder dadurch, dass dann der Free Cashflow so massiv ansteigt, kann das Unternehmen beispielsweise weiter wachsen und größer werden. Also im Endeffekt die Bewertung der Aktie spiegelt sich ja nicht am Umsatz wieder, sondern an dem, was unterm Umsatz hängen bleibt. Und jetzt kommen wir in einen Bereich, der enorm wichtig ist für Paradox Interactive, nämlich wie hoch ist diese Profitabilität. Hier jetzt erstmal als Bild der operative Cashflow vom Umsatz. Also was ihr hier sehen könnt, so ein Bildchen von mir, von meiner Analyse, von meinem Investment Case. Ihr seht da unten die Zahlen, das sind praktisch seit dem IPO die Quartale, die vergangen sind. Und dann für jeden Balken habe ich jetzt dann entsprechend das Ganze annualisiert. Das heißt, ich habe die vier Vorquartale zusammengefasst und habe das Ganze dann rollierend dargestellt. Also im Endeffekt hier seht ihr, eins bedeutet die letzten vier Quartale und zwei bedeutet dann, wir gehen ein Quartal weiter. Dafür fliegt ein Quartal ganz am Anfang raus und das Ganze eben rolliert so ein bisschen immer weiter, immer vier Quartale. Wichtig ist hier, wir sehen hier den operativen Cashflow vom Umsatz. Das heißt, durch die ganzen Titel, die hier verkauft wurden, durch diese ganzen Produkte, haben wir einen Umsatz jetzt, das wir relativ gut prognostizieren können. Jetzt müssen wir sagen, wie viel bleibt davon übrig, ja, als operativer Cashflow auf der einen Seite. Also der operative Cashflow hier vielleicht auch nochmal wichtig. Operativer Cashflow bedeutet, dass wir hier zum Beispiel Marketingkosten, zum Beispiel diese ganze technische Infrastruktur und so weiter abziehen und dann bekommen wir den operativen Cashflow. Dieser ist bei Paradox & Active unglaublich stabil über viele, viele Jahre hinweg. Da befindet sich bei etwa 55% vom Umsatz. So ganz leicht tendenziell kann man, wenn man so ein bisschen hinschaut, kann man sehen, dass die Linie leicht, ganz leicht ansteigt. Und wir sehen auch so ein bisschen Höhen und Tiefen. Das hier zum Beispiel, diese Höhen, das war im Jahr 2020, als man eigentlich kein Marketing betreiben musste, um seine Titel zu verkaufen. Damals sind alle zu Hause gehockt, hatten nichts zu tun und haben reihenweise einfach massiv gespielt. Und dann sieht man eben dann, was passiert, wenn dann die Leute wieder raus dürfen und in Freiheit so wieder ein bisschen sich anderweitig beschäftigen. Dann sinkt hier die Effizienz. Also im Schnitt kann man hier aber schön sehen, etwa 55% vom Umsatz bleiben operativ als Cashflow bestehen. Was man dann auch weiterhin sehen kann, deswegen blende ich hier ein weiteres Bild ein. Dieses Game Investments Jahr 2022 ist übrigens auch hier vom Paradox Deep Dive. Und jetzt hat man hier eigentlich alle Daten, um hier zu berechnen, wie hoch sind die Investitionen für die Projekte, die für die nächsten Jahre für den Umsatz sorgen werden. Also Paradox & Active hat einem schon sehr, sehr viel Werkzeuge an die Hand zu geben und hier auch für die nächsten Jahre so prognosetechnisch durchaus einige gute Prognosen zu treffen und einige Berechnungen auch durchzuführen. Man muss halt ein bisschen sich seine Gedanken machen und ein bisschen halt auch ein paar Querverknüpfungen treffen. Also wie viel hat man in Summe investiert? Das wissen wir ja für 2022 aus der P&L für das ganze Geschäftsjahr. Da wird ja auch gezeigt, wie viele Investitionen absolut hat man, das sind fast 800 Millionen schwedische Kronen gewesen, hat man investiert für die Titel, die jetzt in der Entwicklung sind. Dann weiß man auch, dass man zum Beispiel für Paradox ARC, hier diese 9%, dass hier entsprechend das Ganze nicht kapitalisiert wird, sondern direkt über die Gewinn- und Verlustrechnung reinwandert. Das ist aber auch der kleinste Bereich. Und dann wissen wir ja auch Pipeline X ARC, was ja im Endeffekt dann entsprechend diese Titel hier sind, was ich euch vorhin gezeigt habe. Dann wissen wir ja auch, wie groß die eigentlichen Projektkosten so ganz grob sind. Und dann kann man hochrechnen, wie lange ist das Studio und Entwicklung, wo befindet sich dieses Studio, wie sind die Kosten in der Regel in dieser Region und so weiter. Und dann kann man ein schönes Bild generieren, eben mit diesen Daten, wo man sagen kann, wie hoch ist das CapEx? Also praktisch, wie hoch sind die Investitionen für die Titel gewesen von Paradox Interactive und was passiert in Zukunft damit? Jetzt könnt ihr hier eins sehen, die Investitionsausgaben für die Titel von Paradox Interactive sind jahrelang extrem angestiegen. Das war ja auch damals in meinem ersten Investment Case, wo ich hier gesagt habe, ja das sieht sehr schön aus. Meiner Ansicht nach kann das, wenn das hier so weiter geht, irgendwann wird das Ganze sich hier so abflachen und dann würden wir einen extremen Anstieg im Umsatz sehen. Dieser Anstieg im Umsatz ist ausgeblieben, weil eben relativ viele Titel hier auch abgeschrieben wurden und ich sage mal Flops wurden, was ja dann am Ende nicht so schön ist. Du investierst relativ viel Cashflow in Titel, wo die aber niemals Umsatz generieren werden. Und wir haben hier gesehen, dieser Anstieg war im Peak im Jahr 2022. Hier hat man das letzte Mal den größten Wert investiert in diese Titel und seitdem sinkt ja diese Pipeline immer weiter. Das heißt, die Anzahl der Titel nimmt immer weiter ab, die in Entwicklung sind. Bedeutet auch, wir sehen jetzt hier zum Beispiel von 2023 auf 2023 das erste Mal, dass hier die Investitionen in die Projekte, also in die Produkte abnimmt. Aber auch hier als wichtige Info, das ist hier noch alles ohne ARC, also praktisch diese sehr experimentellen Moonshots im Endeffekt, die ja direkt schon in die Gewinn- und Verlustrechnung wandern und wir auch direkt schon sehen im Cashflow und wir auch hier direkt schon sehen im operativen Cashflow, also das sehen wir dann praktisch schon im Bild vorher. Hier würden wir dann, hier wäre das Ganze schon abgezogen, also diese ganze experimentelle Arm. Deswegen müssen wir ihn hier nicht mehr berücksichtigen. Wichtig hier, ja zum Beispiel diese 800 Millionen schwedische Kronen, wo findet ihr, falls ihr mal selber so ein bisschen Analyse machen wollt, die findet ihr zum Beispiel hier Investment in Capitalized Development und dann sehen wir hier 800 Millionen, so ganz grob, ja, waren im Jahr 2022 und wir sehen dieses Jahr oder für das letzte Jahr 2023 sinkt das Ganze durchaus wieder ein Stück. So, was bedeutet das denn? Wir wissen ja, dass eigentlich im Jahr 2023 trotzdem noch einige Projekte in Entwicklung waren und das war ja die Hochlaufphase von Cities Skylines 2. Wir können auch davon dann ausgehen, dass wenn wir hier jetzt meinen Investment Case heranziehen und ich gehe in meinen Investment Case davon aus, dass einige dieser Titel, die dieses Jahr erscheinen, relativ schnell eingestellt werden und nicht mehr weiterentwickelt werden, bedeutet natürlich dann für die Investitionen für das Folgejahr, dass auch die sinken. Das heißt, man wird ja keine Investitionen tätigen für Spiele, die man nicht weiterentwickelt. Also versteht ihr, was ich meine? Das CapEx sinkt dadurch. Jetzt kann es natürlich anders kommen. Jetzt kann es natürlich nächstes Jahr sein, dass das CapEx höher ist, als ich jetzt hier in meiner Analyse getroffen habe. Würde aber auch bedeuten, dass die Umsätze hier entsprechend größer sind, als ich hier auch ebenfalls in meinem Investment Case getroffen habe. Also es hängt schon durchaus zusammen. Wenn die Umsätze wegbleiben, dann kann auch Paradox das CapEx zurückfahren für diese Titel, die jetzt eben hier dieses Jahr veröffentlicht werden. Meine konservative Rechnung beinhaltet aber eben das, dass wir hier eben in den nächsten Jahren abflachen und uns auf so einem Niveau einpendeln, das so ganz grob im Jahr 2020 sich befindet. Also nicht irgendwie, wir gehen jetzt nicht x Jahre zurück, sondern auf das Jahr 2020 und so dieses CapEx eher auf dem Jahr 2020 bleibt. Und dann haben wir aber immer noch mit diesen knapp etwas mehr als 600 Millionen schwedischen Kronen, haben wir dann immer noch Titel in der Pipeline, die dann hier eben die großen Grand Strategy Games sind und Surviving Mars 2 zum Beispiel und City Skyline 2 weiterentwickelt wird. Ja, also da ist schon durchaus weiterhin sind dann durchaus Titel in der Pipeline, die in den nächsten Jahren dann durchaus Umsatz generieren könnten. Und es hat dann auch den Vorteil, dass genau diese Titel relativ günstig sind in der Produktion. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, wenn wir hier mal das CapEx anschauen, dann kann das CapEx hier aus dem Jahr 2020 durchaus einige Titel tragen aus dem Grand Strategy Bereich. Jetzt nicht irgendwelche extern entwickelten Studios irgendwo in den USA, wo die Studiokosten und die Mitarbeiterkosten extrem hoch sind, sondern wir hier irgendwo in Europa, Spanien, Niederlande, Schweden sind, wo die Kosten für Game Entwickler dann doch nochmal deutlich günstiger sind als in den USA. Ja, hier also zum Beispiel das CapEx, das sind dann die Ausgaben für die Projekte dazugehörig, die ich ja hier euch gezeigt habe. Und jetzt haben wir im Endeffekt alles, was wir brauchen, um ein Gesamtbild zu entwickeln. Wir sehen hier also den Umsatz, wie er sich von der Vergangenheit entwickelt hat und dann meine Prognose bis ins Jahr 2027. 10% Umsatzanstieg von Jahr zu Jahr. Recht konservativ, aber meiner Ansicht nach realistisch. Wir sehen dann hier den operativen Cashflow, der sich relativ gleichmäßig mitentwickelt mit dem Umsatz. Hier gibt vielleicht noch mal ein paar kurze Infos dazu. Ich habe eine ganz kleine Verbesserung drin im operativen Cashflow, weil wir hier gesehen haben, wir haben hier im Schnitt 55% vom Umsatz. Jetzt muss man hier aber eins beachten, wenn wir in naher Zukunft eigentlich nur noch Kerntitel sehen oder ein Großteil der zukünftigen Projekte nur noch Kerntitel sein wird, dann wird auch der operative Cashflow mit einem höheren Faktor sein. Das heißt, der operative Cashflow wird steigen in Abhängigkeit vom Umsatz. Das heißt, wenn es davor immer 55% vom Umsatz als operativer Cashflow übrig waren, dann rechne ich eher damit, dass es Richtung die nächsten Jahre, vor allem so Richtung 57, 58% eher ansteckt. Warum? Nun, wir haben ja hier diese Kerntitel. Diese Kerntitel haben den Vorteil, dass wir hier viel geringere Marketingausgaben haben müssen, um uns in unserer Kernspielerschaft sozusagen zu verankern. Ja, man muss hier nicht den gleichen Wert an Marketingausgaben liefern, wie zum Beispiel für Bloodline 2, um hier die gleiche Anzahl verkaufter Kopien zu bekommen. Das heißt, die Effizienz wird steigen, wenn man sich eher hier ein bisschen zurückzieht und auf die Kerntitel dann einfach nur noch geht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird man auch weniger Beteiligungen zahlen müssen, wenn jetzt Titel erfolgreich werden. Also hier bei City Skyline 2 war das ja so oder ist es so und das wird hier bei den anderen Titeln auch nicht anders sein, außer bei Live by You. Das ist ja schon ein eigenes Studio, aber hier war es ja so, man hat externe Studios, die man dafür bezahlt, dass sie einen Titel entwickeln und je nachdem, wie gut der Titel wird, zahlt man noch ein kleines bisschen mehr vom Umsatz als Umsatzbeteiligung. Wenn das wegbricht oder eben, wenn das nicht mehr so da ist, außer für City Skyline 2, dann dürfte hier auch der Faktor des operativen Cashflows ein Tick besser werden. Ja, aber ich habe jetzt hier keine Fantasiekennzahlen eingebaut, sondern ich habe hier einen Wert eingebaut. Den haben wir schon mal gesehen. Ja, der ist hier in etwa auf der Höhe. Ja, aber der ist jetzt nicht hier unrealistisch oder so. Ich habe jetzt nicht mit 70 Prozent oder sowas gerechnet, sondern eher so einen ganz kleinen tendenziellen Tick in der Verbesserung des operativen Cashflows aufgrund einfach Effizienzsteigerungen, die dadurch resultieren, dass man eben sich zurückbesinnt, sage ich mal, auf das Kernportfolio und dort eben leichtere Effizienzen generieren kann. Also wir sehen hier Umsatzanstieg operativer Cashflow steigt mit an. Kleines bisschen stärker im Verhältnis als dieser 10 Prozent, aber nicht viel. Und dann haben wir hier das CapEx, also praktisch der orangenen Balken. Das sind die Ausgaben für die zukünftigen Projekte, die man tätigen muss. Der wird sinken und wird sich dann auf einem Niveau stabilisieren, der etwa so um das Jahr 2020 liegt. Und hier als Frage, wieso macht man das? Ja, im Endeffekt interessiert mich als Aktionär, was bleibt ganz unterm Strich hängen? Und das ist ja der Free Cashflow. Das seht ihr hier zum Beispiel in grün. Das heißt, wir haben jetzt alle Bestandteile uns zusammen gebaut in diesem Investment Case, um rauszufiltern, was bleibt für mich als Aktionär übrig. Jetzt könnte ich das Ganze hier noch als Free Cashflow pro Aktie runterbrechen. Das wäre noch genauer, aber Paradox Interactive schüttet eigentlich keine neuen Aktien aus. Die die Verwässerung über die letzten Jahre seit dem IPO sind so gering, das kann man einfach komplett vernachlässigen. Also im Endeffekt sehen wir hier auch die Entwicklung vom Cashflow als Basis. Und jetzt gehen wir auf ein anderes Bild, denn jetzt will ich hier nur noch auf wirklich das Kernelement auf den Cashflow zurückgehen. Und das ist jetzt hier eben das Bild des Free Cashflows, nachdem man Investitionen getroffen hat für neue Titel, nachdem man Investitionen getroffen hat für Titel, die man auch weiterhin pflegen muss, DLCs rausbringen muss, nachdem man DLCs entwickelt hat. Das hier wird der Free Cashflow meiner Ansicht nach sein für die nächsten Jahre von Paradox Interactive. Und hier als interessantes Bild, der Free Cashflow wird nicht um 10% wachsen, sondern wird um 18% wachsen. Warum? Nun, weil der Umsatz zwar um 10% wächst, aber gleichzeitig die Investitionen ja nicht mitwachsen, sondern zurückgehen, weil wir eben uns fokussieren auf den Kernbereich von Paradox Interactive und ein kleiner Tick eben an Effizienzsteigerung drin ist gegenüber den Vorjahren. Ich halte dieses Bild von 18% Anstieg im Free Cashflow also durchaus realistisch und wir sehen hier einen sehr, sehr schönen Anstieg im Free Cashflow. Und jetzt ist der Anstieg des Free Cashflows um 18% von Jahr zu Jahr schon durchaus ein besseres Bild als der Umsatzanstieg vorhin. Aber jetzt wollen wir hier auch mal einfach ein Discounted Cashflow Calculator mal einfach mal heranziehen, um einfach so ein bisschen auch rauszurechnen, was bedeutet das hier für die Bewertung der Aktie. Und hier habe ich uns mal schon ein paar Werte eingegeben. Das ist der Cashflow aus dem Jahr 2023. Ich gehe hier rein als Wachstum für die nächsten fünf Jahre von 18% im Schnitt. Ich gehe hier ran von einer Discountrate von 9%. Die habe ich jetzt hier mit 9% eingesetzt, weil Paradox Interactive, also für andere Unternehmen, die noch risikobehafteter sind, würde ich hier vielleicht ein bisschen höheren Wert ansetzen. Paradox hat keine Schulden. Paradox Produkte sind auch relativ einfach prognostizierbar. Das heißt, ich gehe hier mit 9% als Discountrate rein und danach, nach diesen fünf Jahren gehe ich dann nur noch mit einem Wachstum von 5% aus. Hier Terminal Rate auch mit 5%. Dann rechnen wir mit der aktuellen Marktkapitalisierung beträgt 20,5 Milliarden schwedische Kronen, also etwa um die 2 Milliarden Euro. Wir haben Aktienkurs von 194 schwedischen Kronen und dann haben wir hier Schulden, beziehungsweise Paradox hat ja keine Schulden, sondern Paradox hat hier ein schönes Cashpolster. Das sehen wir hier auch am Ende wieder. Über eine Milliarde, vor allem wenn man nochmal sieht, dass man hier auch irgendwelche Staatseinleihen gekauft hat, dann können wir sehen, hier 1,3 Milliarden schwedische Kronen als Cash, das man in der Bilanz hat und dann rechne ich hier mit so einer kleinen Sicherheitsmarge. Wenn ich die rechne, dann komme ich hier auf einem aktuellen Fair Value für die Aktie von 282 schwedischen Kronen. Bezogen auf den aktuellen Kurs kann man also sagen, wenn der aktuelle Kurs so um die 192, 194 schwedische Kronen liegt, dann haben wir hier etwa ein kurzfristiges Potenzial meiner Ansicht nach oder der Fair Value. Die Aktie muss eigentlich heute um 40% mindestens höher stehen, also zwischen 25 Euro und je nachdem, ob man hier jetzt eben eine Margin of Safety einbauen will oder nicht, zwischen 25 und 30 Euro und für meine Ansicht nach der Fair Value für diese Aktie stand heute. Das heißt, die Aktie ist stand heute unterbewertet. Und jetzt kann man hier viele weitere Kalkulationen machen mit diesem DCF-Modell. Ja, man kann hier auch ganz kreativ werden und man kann sich das Fair Value hoch und runter rechnen, wie man will. Ich habe jetzt hier einfach so meiner Ansicht nach, wie ihr jetzt auch gesehen habt, ein recht konservatives, aber realistisches Bild genommen für die Aktienbewertung. Und das sagt mir eben, dass die Aktie heute etwa 40 bis 50% höher stehen müsste, als sie aktuell steht. So, und jetzt kann ich hier weitergehen und sagen, okay, jeder von euch kann hier auch so das Gleiche machen. Und jetzt kann er sagen, wie hoch ist jetzt mein Aktienanteil. Also bei mir ist zum Beispiel Paradox Interactive hier mit 19, fast 19% schon die größte Position. Deswegen will ich hier vielleicht auch schon mal ein bisschen größere Margin of Safety haben. Das heißt, wenn ich hier rübergehe, würde ich sagen, okay, ich habe schon einen relativ großen Anteil meines Depots, habe ich schon mit Paradox abgedeckt. Die Aktie verspricht mir auch relativ großes Wachstumspotenzial für die nächsten Jahre. Also zumindest auch nach DCF-Modell ist das Ding unterbewertet. Das heißt, ich will hier trotzdem ein geringeres Risiko eingehen. Jetzt kann man sagen, okay, dann nehme ich jetzt hier, ich will eine Margin of Safety auf 50%, beispielsweise, weil eben mein Anteil schon so groß ist. Dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, meine nächsten Zukäufe werden hier jetzt irgendwo bei 166 schwedischen Kronen. Zurückblickend hier auf den Aktienkurs kann man dann sagen, ja, okay, hier irgendwo könnte man jetzt hier mit einem größeren Abschlag, mit einem größeren Sicherheitspuffer hier die nächsten Käufe zuführen, obwohl ich schon einen relativ großen Anteil habe. Das ist das erste Bild. Jetzt kann man aber gleichzeitig drüberlegen und sagen, okay, wo befinden sich hier aktuelle Unterstützungszonen? Und dann kann man hier zum Beispiel sehen, kann man hier anfangen, hier einen Teil zu kaufen, hier einen Teil zu kaufen, hier einen Teil zu kaufen. Und da unten ist die Aktie so massiv unterbewertet, da verkauft man dann Haus und Hof. Nee, Scherz natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also da ist dann die Aktie so massiv unterbewertet und außerdem gibt es hier eine schöne Unterstützungszone. Da würde ich schon sehr, sehr viel weiterhin investieren. Also da könnte die Aktie auch auf 40, 50% meines Depotvolumens anwachsen. Wichtig, ja, wichtig ist aber, dass gleichzeitig eben meine Prognose sich hier nicht ändert. Also wenn der Aktienkurs fällt und gleichzeitig alle Titel, die ich jetzt hier angekündigt habe, komplette Flops werden oder erst gar nicht auf den Markt kommen, sondern alle gestrichen werden und dadurch sich der Umsatz abflacht, dann bedeutet das natürlich, dass wir auch entsprechend wieder den Cashflow anpassen müssen und dann bedeutet das natürlich dann auch, dass der Fair Value ein anderer ist. Aber hier das eben auf Basis der heutigen Bewertung, des heutigen Wissens wäre eben die Aktie meiner Ansicht nach Fair Value mäßig irgendwo zwischen 25 und 28, 30 Euro vielleicht bewertet. Also man kann so konservativ rechnen, 25 bis 28 Euro ist meiner Ansicht nach irgendwo liegt der Fair Value und dementsprechend kann man sie jetzt auch steuern, okay, wann kaufe ich das nächste Mal zu. Je nachdem, wenn man sein Portfolio anschaut und sagt, hey, okay, ich habe jetzt hier kaum Paradox Interactive, dann kann man sich überlegen, die Aktie jetzt schon zu kaufen, weit aufzustocken. Potenzial ist da, wenn man sagt, okay, ich habe schon aber 20% meines Depots hier in Paradox drin, dann kann man auch durchaus weiter warten, ja, dann ist es so, dass wenn der Aktienpreis sich hier auf einmal Richtung Fair Value wieder plötzlich bewegen würde, dann würde man ja schon durchaus viel mit seinem Portfolio als positive Strecke mitgehen. Auf der anderen Seite kann man sagen, okay, wenn der Aktienkurs fällt, kaufe ich ein bisschen was zu. Das ist jetzt das eine Modell, also praktisch DCF, aber wichtig ist auch, ich würde jetzt DCF nie alleine stehen lassen, ja. Wichtig ist jetzt auch zu verstehen, was bedeutet das jetzt in Summe, ja. Und wenn ich hier mal diesen Free Cashflow mir anschaue, dann bedeutet das entsprechend, dass ich hier Free Cashflow Renditen habe, die bewertet auf den aktuellen Aktienkurs in den nächsten Jahren 5, 6, 7% betragen werden und da muss ich sehen, okay, wenn der Kapitalmarkt wieder günstige Zinsen einen liefert und ich hier keine 4% mehr aufs Tagesgeld bekomme, sind dann 7% mit prognostizierten weiteren Wachstum für die nächsten Jahre interessant und da muss ich sagen, durchaus, also für mich schon sehr interessant, ja. Das ist die eine Bewertung und die andere Bewertung ist dann auch immer, wenn wir mal rüberschauen und sagen, okay, wie würde jetzt ein anderer Player dieses Unternehmen bewerten? Und hier wissen wir zum Beispiel im Gaming-Segment war ja ein ganz wichtiges Ereignis bei der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft und wir wissen auch, wie viel Microsoft für Activision Blizzard gezahlt hat. Ja, die haben hier in etwa 7,8-fachen Faktor auf den Umsatz gezahlt. Das war im Übrigen schon nach dieser ganzen Dramatik im Jahr 2020, ja, als hier die Aktienkurse 2021, 2020, als die Aktienkurse massiv explodiert sind, weil hier ganz viele Leute zu Hause mit Gaming beschäftigt waren. Davor waren die Bewertungen, die Multiples noch deutlich höher. Das heißt, bezogen auf Activision Blizzard, 7,8-facher Zuschlag auf den Umsatz. Und wenn man hier zum Beispiel rüberblickt, was würde das für Paradox bedeuten? Nun, ganz interessant, wir haben hier eine grüne Linie. Diese grüne Linie entspricht ja in etwa dem, was heute Activision Blizzard, wenn es genauso viel zahlen würde als Multiple, bezogen auf den Umsatz, wie viel Activision Blizzard zahlen würde für eine Paradox Interactive, oder irgendein Tencent oder irgendein anderer Player. Das sind hier diese etwa 192 bis 194 schwedische Kronen. Ganz interessant auch, ja, es handelt sich dabei ja hier um eine Unterstützungszone. Bestimmt auch, weil das hier mein durchschnittlicher Einstandskurs ist. Nee, natürlich nur Spaß. Aber wir sehen schon hier, das hier ist durchaus eine wichtige Marke. Das heißt, sinken wir hier weiter drunter, dann bedeutet es auch, Paradox wäre dann günstiger zu haben, als damals Microsoft für Activision Blizzard bezahlt hat. Eigentlich verdient Paradox Interactive einen Zuschlag gegenüber Activision Blizzard. Also eigentlich müsste auch hier wiederum der Wert, den Activision zahlt, schon ein Stück höher sein. Also je nachdem, wie ich schaue, ob ich hier irgendwelche Vergleichsverkäufe, M&A Aktivitäten mir heranziehe, dann müsste eigentlich der Fair Value höher liegen. Und wenn ich mir ein DCF-Modell hinzustelle, dann müsste der Kurs auch höher liegen. Und wenn ich mir die Cash-Renditen einfach anschaue und es keine Übernahme gibt, dann wäre ich auch grundsätzlich zufrieden hier mit irgendwelchen Free-Cash-Low-Renditen von 7%, die dann auch in den Folgejahren durchaus weiter wachsen könnten. Das Unternehmen hat weiterhin Wachstumspotenzial. Das Unternehmen wird aber seine Bottomline, also vor allem den Free-Cash-Low, deutlich stärker steigen können, als man im Moment so ein bisschen den Umsatz sehen kann. Bezogen hier vielleicht auch nochmal zu den Analystenschätzungen von Marketscreener, sei hier vielleicht auch nochmal eins gesagt, ich bin jetzt hier zum Beispiel von meinen Prognosen für den Umsatz, bin ich einen Tick, kleinen Tick höher als die Analysten für die Jahre 2024, 2025, 2026, haben wir hier laut Marketscreener noch keine Infos. Aber hier, wie gesagt, der Unterschied ist nicht besonders groß. Der größere Unterschied kommt eher dadurch zustande, dass ich ein bisschen stärker im Free-Cash-Low bin, weil ich eben sage, es macht für mich keinen Sinn, also wenn ich mit dem Umsatz rechne und ich nehme ja eine gewisse Basis an, an operativen Cash-Low, der relativ stabil ist und ich weiß auch, was das CapEx ist, dann macht das für mich keinen Sinn, dass dann hier, wenn das CapEx sinkt, dass der Free-Cash-Low irgendwie auf dem gleichen Level bleibt. Das ist vielleicht nochmal der größte Unterschied zu den Analysten bisher und was wir hier halt auch sehen können, selbst wenn man von den Analysten Schätzungen auf den Free-Cash-Low eingeht, der ist auch hier schon auf dem Rahmen nicht unattraktiv und wenn die nächsten Jahre das Ganze nochmal weiter steigt, 5-6%, dann ist es selbst nach Analysten Schätzungen nicht unattraktiv und man muss halt auch hier dazu sagen, das habe ich auch schon die letzten Monate und Jahre immer gesagt, hier vielleicht auf Revision gehen, die Analysten sind oftmals sehr konservativ in ihren Schätzungen und die sind dann irgendwann im Jahr 2020, haben sie angefangen zu merken, oh, da kommen wir nicht ganz hin und haben dann angefangen, ihre Prognosen zu erhöhen, ich mache das nicht, also ich mache einmal eine Analyse mit meinem Investment Case und dann versuche ich eben 3 Jahre in die Zukunft vorauszuschauen, ich versuche dann jetzt nicht hier euch jeden Monat zu sagen, oh, jetzt hat sich alles verändert oder keine Ahnung, natürlich mache ich das, wenn es ein wichtiges Update gibt, aber ich versuche das Ganze schon maximal realistisch wie möglich schon vorab abzubilden, um hier euch eben ein Bild zu geben und mein Bild sagt mir, die Aktie ist hier unterbewertet mit 40% gegenüber dem aktuellen gerechtfertigten Wert und wenn man hier mal rüberschaut, was sagen die Analysten Schätzungen grundsätzlich auch als Kursziel hinaus, dann ist das vielleicht auch ein ganz gutes Bild, jetzt mal aus der Hinsicht, das ist schon mal eins seit langer Zeit, wo die Analysten und JD sich einer Meinung sind grundsätzlich, die Analysten sagen hier, Kursziel fürs nächste Jahr, also die rechnen wahrscheinlich auch mit dem DCF-Modell und sagen sie hier, 32% sollte die Aktie steigen, höchstes Kursziel, da ist dann auch diese Analyste in etwa fast genau der gleichen Meinung wie ich und sagt dann hier 45% Kursanstieg innerhalb der nächsten 12 Monate, nur um hier vielleicht auch zum Hintergrund wieder, nur um einfach diese Unterbewertung abzubauen, die jetzt schon in der Aktie eigentlich drin steckt und jetzt vielleicht nochmal als finales Bild, ich habe ja hier vor drei Jahren mal so ein Kursziel mir ausgegeben, wo ich gesagt habe, hey bis Ende 2025, also da haben wir ja schon durchaus noch Zeit, also bis, das wäre ja irgendwann hier, müsste der Aktienkurs meiner Ansicht nach hier bei 600 schwedischen Kronen stehen, wir waren auf dem guten Weg dahin, dann kam aber City Skylines 2 und hat uns das Ganze vermasselt, vermasselt, das ist ja ein Flop geworden jetzt mal in der Hinsicht und deswegen wurde es jetzt auch wichtig, dass ich hier ein größeres Update euch gebe, in meinem Investment Case, weil es schon durchaus signifikant war, auch für die Betrachtung in meinem Investment Case und hier muss man sagen, der Kurssturz, die Kursreaktion ist hier verständlich, aber die Aktie war auch davor nicht auf dem Level bewertet, wo sie eigentlich sein müsste, also kurzfristiges Kurzziel, nächsten 12 Monate liegt hier irgendwo bei 280, schwedischen Kronen, meiner Ansicht nach müsste es sogar noch ein bisschen höher sein, irgendwo zwischen 280 und 320 und mein Kursziel für die nächsten zwei Jahre steht dann im Endeffekt jetzt hier, wenn man mal drauf schaut, aktuell bei 400 schwedischen Kronen. Das ist jetzt mein Kursziel, das musste ich natürlich jetzt hier runternehmen, wie ihr hier sehen könnt, eben weil es City Skylines 2 sehr negativ aufgefasst wurde und hier einfach so viel Potenzial einfach liegen gelassen wurde, ich verstehe es auch nicht, aber deswegen ist es hier auch eben wichtig, hier entsprechend diese Kalkulation durchzuführen und dann am Ende zu sagen, hey, das ist mein Kursziel, aber ich versuche mir diesen Hebel aufzubauen durch einen sehr günstigen Zukauf und diese sehr günstige Zukaufsphase lag damals hier in diesem Rahmen, als auch die Aktie ich massiv aufgestockt habe und jetzt würde sie auch hier wieder irgendwo in diesem Rahmen liegen, also fast auf dem gleichen Rahmen, wo ich sage, hier wäre die Aktie so stark bewertet, dass ich sie hier kaufen würde. Das hier jetzt mal als Blick, ich nehme mein Kursziel für Ende 2025 ein bisschen runter, liegt an City Skylines 2 und dem wirklich vermasselten Potenzial, dennoch steckt noch einiges Potenzial in der Aktie, dass ich das Ganze, ich hoffe, euch jetzt auch bewertungstechnisch gut rüberbringen konnte. Jetzt gehen wir trotzdem noch auf ein paar Punkte ein, denn es gab auch einige Fragen aus der Community, die ich euch gefragt habe, hey, stellt mir mal eure Fragen, damit ich so ein bisschen auch auf euer Gefühl eingehen kann oder das, was ihr wissen wollt, was ich jetzt eben hier in meinem Investment Case abgebildet habe. Und wer die Antworten zu diesen Fragen will, der klickt am besten auf dieses Video, was ich jetzt einblende. Dort behandle ich einfach nur alle eure Fragen. Ganz wichtig jetzt ist auch, bitte unterstütze meinen Kanal, indem du dem ersten Link unter dem Video folgst und dir selber auch etwas Gutes damit tust. Vielen Dank dir fürs Zuschalten und wir sehen uns jetzt gleich in dem anderen Video, wo es um die Kommentare geht.